schön dass ich euch wieder auf meinen kanal begrüßen kann heute geht es mal wieder um eine dachcam ich habe schon einige dieser cams vor der kamera gehabt jetzt bin ich gespannt ob die entwicklung dieser dachcams vorangeschritten ist mein review wird sich natürlich wie immer so gestalten wir werden uns erst einmal genau die verpackung unter die lube nehmen wir werden rausnehmen wer die einzelnen elemente mir auch genau anschauen dann versuchen wir mal ins menü zu gehen und zum schluss müssen natürlich aufnahmen her nachdem ich die kamera dann im auto montiert habe wer ihr einige kostproben der aufnahmen von mir auch sehen also dranbleiben wer meine reviews kennt der wird wissen dass ich immer ein sehr sorgfältigen blick auf die verpackung werfe das mache ich auch dieses mal ihr seht ihr man kann die bezeichnung der kamera entnehmen man hört schon oder man liest schon dass es eine kamera ist also eine kamera die man im auto verwenden kann und hier seht ihr dass sie sowohl eine frontkamera als auch eine rückkamera zu besitzen scheint hier dieser magge den gag 1080p das ist mittlerweile standard das gilt aber eben halt nur für die frontkamera hier der hersteller hier werden die symbole uns schon ein hinweis geben auf das was wir hier erwarten können motion detection ja liebe freunde das ist nicht etwa wenn einer bei meinem auto vorbei läuft dass ich den dann aufnehmen kann das gilt immer für die bewegung des fahrzeuges also wenn das fahrzeug bewegt wird dann löst die kamera unter umständen aus wenn man das einstellt wir haben einen schleifen aufzeichnung das heißt also keine angst die speicherkarte wird nicht voll und dann wird nicht mehr aufgezeichnet sondern die wird zyklisch überschrieben dann werden die ältesten aufnahmen mit den neuesten überschrieben hier ein hinweis auf wdr weit dynamic range das bedeutet dass wir eben einen sehr großen kontrast umfang abdecken können was ja bei einer dashkamera erforderlich ist und hier noch ein hinweis auf den beschleunigung sensor der dann wenn das fahrzeug in starker beschleunigung gerät aufnahmen sperrt das wiederholt sich dann auf der rückseite noch mal in etwas ausführlicher form hier wird auch noch etwas zur auflösung der rückkamera gesagt und der frontkamera die rückkamera löst nur 720p auf hier etwas zur lichtstärke des objektives das ist dann ein bisschen irritierend ob das jetzt für diese kamera oder für diese kamera gilt das werden wir dann sehen und hier ein hinweis auf den blickwinkel der frontkamera 170 grad ist also dann schon ein ziemlich großer blickwinkel der alle drei sporen im visier hat hier hinweise zu dem herstellen und das ist wieder was ganz wichtig ist das taucht jetzt hier zum ersten mal auf ich hoffe dass es dann auch auf dem gerät fest verankert ist die entsprechenden prüf- und kontrollzeichen eine zertifikation c ist also vermutlich vorhanden wir werden sehen ob das dann auch auf dem gehäuse der kamera fest verankert ja nachdem wir uns die verpackung jetzt angeschaut haben nehmen wir es doch einfach mal aus der verpackung raus mal sehen was dazu alles schönes mitkommt das geht immer bisschen schwer habe ich schon fehler gemacht aber leider kommt ja gleich eine speicherkarte mit jetzt gilt es diese drei schäfte schon etwas genauer unter die lupe zu nehmen natürlich ist das keine kunst steht hier drauf das ist die kamera das ist die real kamera also die rückkamera accessoires da werden die notwendigen teile zur montage und zum betrieb dieser kamera wohl drin sein ok aus der schachtel haben wir es jetzt erst mal genommen und jetzt schauen wir uns jedes einzelne ding etwas genauer an das ist ja nicht allzu schwer zu erraten ihr seht ihr kommt eine 32 gigabyte speicherkarte mit das ist erstmal schon super da ist die kamera dann gleich sofort einsatzbereit natürlich kommt die frontkamera selbst erst mal gleich mit die ist übrigens noch geschützt mit einer kleinen folie das ziehe ich jetzt noch nicht ab weil ich sie noch nicht in betrieb nehme hier an der seite seht ihr die notwendigen knöpfe für die bedienung an der unterseite da kann man die halterung einklinken hier seht ihr einen usb micro usb eingang zum anschluss von dem kabel für die kamera hier oben bzw an der seite könnt ihr den micro sd kartenschacht sehen hier kommt die rückkamera dran hier ist die öffnung für das mikrofon und hier ist die öffnung für ein eventuelles reset halten wir das mal an die kamera kann ich ja dann anschließend beschriften natürlich haben wir auf der rückseite der kamera auch ein display sollte mich ja wundern wenn das nicht der fall gewesen wäre natürlich wenn ich da hier drauf drücke tut sich überhaupt nichts wir haben ja höchstens einen ganz kurzen moment einen akku der zur unterstützung des ein und ausschalten bzw der crash aufzeichnung dienen das wird jetzt gleich ausgehen hier unten könnt ihr sehen der ladezustand des kleinen akkus der zum zur pufferung dient ist ja nicht unermesslich groß also einschalten lässt es sich erstmal schon das ist die rückkamera auch diese ist geschützt mit einer plastik folie hier das befestigungselement für die kamera am nummernschild und wir haben natürlich auch ein genügend langes kabel um die frontkamera zu erreichen denn das kabel muss ja in genau diesen anschluss hier gesteckt werden jetzt gibt es hier noch ein bisschen zubehör das ist die spachtel die dazu dient um die den saugnapf von der frontscheibe zu entfernen ja also das ist der saugnapf der letztendlich zur befestigung der kamera dient hier seht ihr den kleinen hagen oder nase der kommt dann hier in den fuß der kamera und damit kann ich dann die kamera an dem saugnapf befestigen wird hier eingeschoben muss man aufpassen dass man es richtig herum einschieben also so ein und dann sollte das ding hier gehalten werden durch den saugnapf dann machen wir jetzt ab interessant ist übrigens die verspannung des saugnapfes gelöst da seht ihr da gibt es hier nicht so einen hebel sondern das ist einfach eine drehbewegung die dann den saugnapf spannt das ist ja kein rätsel dass hier eine nase vorhanden ist die in die kamera greift und hier eine kleine winzige feststellschraube damit man also die neigung dieser kamera fixieren kann hier die stromversorgung für die kamera kommt natürlich in die kfz dose hier haben wir noch einen zusätzlichen ausgang für einen usb anschluss und das ding die micro usb der micro usb stecker gerät dann hier an die davor gesehene öffnung und dann kann die kamera versorgt werden man muss bloß aufpassen dass man es richtig um einsteckt das ist nicht immer ganz so einfach warum ist es nicht einfach weil es kein usb c ist sondern eine micro usb buchse und die ist nur in einer richtung steckbar ja hier kann man auch die beschriftung erkennen habt auch die notwendigen kontrollzeichen und prüfzeichen und interessant ist ist sie denn auch für lkw trauglich hier steht etwas von input 12 bis 24 volt also sie könnte auch für lkw genutzt werden ja und diese kleine pimpe dient im erforderlichen fall um die kamera zu resetten da haben wir ja hier eine öffnung die das reset der kamera fahren lassen kann das scheint ja hier in englische bedienungsanleitung zu sein aber hier seht ihr nein getäuscht englisch deutsch französisch italienisch spanisch und japanisch also die üblichen sechs sprachen die den chinesen immer nahe liegen um uns in europa das verständnis für ihre erzeugnisse vermitteln zu können hier seht ihr ist also mal ein blick in die produktspezifikation die hier ja dann auch in deutsch erscheint ja bevor ich in das auto gehe mit diese kamera möchte ich euch ganz kurz noch etwas zum menü erläutern hier seht ihr an der seite diese vier tasten das ist der einschalter button nach unten button nach oben und der menü knopf ich simuliere jetzt das ein und ausschalten der kamera einfach dadurch indem ich diesen usb stecker der ja mit dem usb kabel in der kamera verbunden ist in dem stecker ladenetzteil stecke und das einschalten aus schalten der zündung damit simulieren und schalte einfach ein indem ich den stecker schließe also ich halte jetzt die zündung ein was passiert also die kamera schaltet sich ein und geht sofort in den aufnahmemodus durch das blinken der rote lämpchen beziehungsweise im roten wohnkamera das erkennen und hier sieht man an der seite dass das ding eingeschaltet ist hier sieht man außerdem dass der interne akku aufgeladen wird jetzt schalte ich einfach mal die aufnahme einfach damit an dass wir jetzt ich habe ja hier eine kamera eine rückkamera angeschlossen jetzt schauen wir mal wie wir auf das bild der rückkamera geraten hier oben an diesem oberen knopf kann ich jetzt in diesem modus die kameras hinzu und weg schalten also in das bild schalten das ist die kamera der rückkamera die ich also jetzt hier einfach mal auf mich richten ok das ist also das vollständige bild der rückkamera jetzt habe ich die bild in bild informationen auf dem display das heißt also ich habe die front und die rückkamera im blick in dem die rückkamera als bild in bild eingebettet wird kann das bild auch teilen ich kann also die ansicht auf dem display so gestalten dass ich beide bilder gleichzeitig in halber größe sehe das war das erste was ich euch zeigen wir sind wir also wieder in den normalen modus und diesen menü knopf den drücke ich jetzt einfach mal um zu zeigen wohin man da gerät also kurz drücken gerate ich zunächst in ein einstellungsmenü für die kamera selbst ein weiteres kurzes drücken gerate ich dann in das einstellungsmenü des systems ich kann hier datum uhrzeit und sprache einstellen die kamera kommt mit englisch ihr solltet also vorher diese englische spracheinstellung auf deutsch ändern damit ihr dieses menü gut versteht tippeln wir da mal weiter was wir da noch so alles sehen da kann man eine ganze menge einstellen ich gehe jetzt nicht in die einzelnen menüpunkte und erläutere die euch das ist also alles naheliegend und könnt ihr nach meinem dafürhalten auch selbst gut erschließen wenn wir diese menü taste ein weiteres machen drücken sie mal wieder in der grundstellung wenn ich diese menü taste lange drücke dann gerade ich in den modus jetzt bin ich außer nicht mehr in dem videoaufnahme mode sondern in den bildaufnahme modus können kann also jetzt ein bild schießen also wenn ich jetzt ein weiteres mal die taste lange drücke kann ich auch in das abspielmenü gehen das heißt ich kann mir die bilder anschauen beziehungsweise die videos anschauen die aufgezeichnet worden sind das erleichtert die auswertung vor ort so jetzt sind wir wieder in dem normalen videoaufnahme modus das heißt also wir können eine videoaufnahme starten indem wir diesen knopf drücken vielleicht noch etwas zu diesem internen kleinen akku der hier aufgeladen wird der dient einfach dazu um in einem crash fall wo also plötzlich die stromversorgung beendet wird die aufzeichnung noch korrekt zu beenden beziehungsweise dass wenn ich die zündung ausschalte dass die aufnahme die gerade läuft natürlich auch korrekt beendet wird der dient nicht dazu während des parkens etwas aufzunehmen jetzt ins auto und paar aufnahmen machen richtig sind ja immer aufnahmen und deren qualität zu beurteilen ja 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 ich Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020